Musik Ich dachte, wir können vielleicht eine Tasche runterfahren. Das ging ja bei dem einen Gebäude auch. So, LeBron, jetzt erzähl. Wo sind die Schuhe? Siehst du die Öffnung? Wohnung 216. Du solltest dort eine große rote Kiste mit Goldrand finden. Da drin bewahre ich meine Schuhe auf. Äh, kommst du nicht mit? Wegen dir sind meine Schuhe im Arsch. Also geh mir neue holen. Geh rein, nimm die Schuhe, komm wieder. Und fass sonst nix an. Kapiert? Ja, Mann. Warum kommst du nicht mit? Hey, hier stimmt doch was nicht, LeBron. Was ist los? Hol sie einfach, okay? Hey, du bist auf den scheiß Fernsehturm geklettert, aber in eine Wohnung willst du nicht rein? Na, kommt drauf an, was da drin ist. Okay, Feigling. Versteh's nicht, ey. Das ist doch bestimmt irgendein Bett und da haben sie mit Rosenblättern ausgelegt oder irgend so was, weißt du? Oder Kerzen. So ein Date macht die da bestimmt jetzt. Irgend so was. Meinst du? Warum soll die... Ey, das ist eine gestandene Frau, die hat uns vor Wurz gerettet. Die kannst du dir nicht erzählen, dass die nicht da in die Wohnung reingeht. Doch, kann ich mir durchaus vorstellen. Zum Beispiel, wenn die extra drin ist. Oh Mann. Was hast du? 3,16, ne? Nur 3,14. 2,16? Okay. Er hat zwei... Können wahrscheinlich sowieso nur in eine Wohnung rein können. Hier, Dietrich, einfach. Machst du? Ah, der Hemmschofffelder ist immer noch zweifelig. Ne, mach ich nicht. Ich hab kein Dietrich hier. Echt? Ah, hat er aufgebraucht. Deine ganzen blöden Kisten. Du wolltest es machen. Ich muss auch mal was lernen, mal ein bisschen. Ich bin drin. Pass bloß nichts an. Und nimm dir nur die Schuhe. Was ist hier, das dir so Angst macht? Die haben Mutter vielleicht. Weißt du? Keine emotionale... Kann ja emotionales Ding sein. Unwahr schlecht, dass er als Kind entführt wurde. Ah, stimmt. Ja. Du hast recht. Ihr Mann, oder? Ich hab doch gar nicht schon gesagt, ey, Freund. Die sind 7 Meter über uns. Ja, wie wär's, wenn ich hier erstmal such's? Ja, untersuchen. Große Goldrandkiste. Ah, ja. Ich hab's dir doch gesagt. Ach, der Ex. Ja, ja. Unser. Ja, ja. Deswegen will sie nicht rein, wahrscheinlich. Das wäre echt so ein Zombie geworden. Äh? Natzen? Hier ist untersuchen. Wer hätte das gedacht? Okay. Okay. Hat ein nackter Typ im Bett, super. Ja, ganz schlecht gezeichnet. Ja, irgendwie müssen wir aber hier durch das Regal durch. Achso. Aha, alles verbarrikadiert hier. Chill. Achso, ja. Ja, klar. Wenn man nicht oben drüber kommt, ne? Geht man drunter durch. Genau, so ist es. Ach, guck hier, dass es fehlt. Aha. Aha. Da ist er. Das war echt geil. Ein Frank? Du wirkst ja geradezu glücklich. War das Frank, oder? Glaube nicht. Ah, nette Bude. Hier hat doch noch jemand gewohnt. Lebt der noch hier, oder? Da lebt keiner. Finde einfach nur die Schuhe und lass die Blöden fragen. Warum hast du das dir fürs Fischauge aufgegeben? Weil ich da zu Hause bin. Ich hab alles mitgenommen, was ich brauche. Das heißt, außer die Schuhe. Okay. Uh, Upgrade verfügbar. Drei Stück, Alter. Jetzt waren wir zugeschissen mit dem Zeug, ey. Ohne Witz. Wasserbogen. Rohklammer. Na gut. Hier haben sie offenbar viel Zeit verbracht. Die Wandchenmelde kann man hier brauchen für den einen Typen. LaWan, ich hab deine Schuhe gefunden. Super. Und jetzt komm da wieder raus. Schade. Ist ein schönes Liebesnest. Mit Wein und super Aussicht. Und sogar mit Musik. Der ändert sich mein ganzes Bild von dir. Und weißt du was? Ich kann den Typ verstehen, dass er dich mochte. Fick dich, Aiden. Hey, ich wollte doch nicht... LaWan, warte. Was? Harkon. Du alte Sau. Liebe jedoch wechselt nicht mit Tag und Stunde. Ihr Ziel ist endlos. Bis ins Verderben. Oh scheiße, LaWan. Oha. Brief von H an L. Oh Mann. Also ist hier kein Zombie im Schrank drin. Dann kann ich ihn auch aufmachen. Ich wollte ein Leicht für dich zulassen. Du hast gesagt, da ist ein Zombie drin. Ja, weil hier war ja kein Leiche und nix. Okay. Ne. Wir haben ja zuerst hier gewohnt. Das ist so eine emotionale Geschichte. Ja, dann ist das hier definitiv Frank gewesen auf dem Fotodev. Ja, das sah nicht aus wie Harkon. Sorry. Das sah aus wie Frank. Ich denke, das ist so eine Dreiecksgeschichte. Du hast es gesehen. Aha. Ja, die waren mit Frank zusammen. Na, warte. Wir gucken uns das schnelles Bild an. Dann haben wir es bestimmt im Inventar. Hoffe ich zumindest. Nee, habe ich es nicht. Schade. Aber ich suche es dann raus. Wenn ich die Folge schneide, schicke ich dir das Bild an. Es sah aus wie Frank in der Jugend. Mach mal. Ist so. Ist so. Ist so. Ist so. Ich hoffe, ich drehe die jetzt nicht durch, die Oma. Vielleicht mit Lamorne im Questbereich. Ich würde es auch noch suchen. Bist du da? Komm schon. Ich wollte dich nicht verletzen. Triff mich einfach auf meinem Dach. Ja, das ist sinnvoll. Geh und warte dort auf mich. Gib mir die Schuhe und dann verpiss dich. Ist ja klar, dass du dahin gehst, wo du immer hingehst, wenn du sauer bist. Äh, ich dachte, dass das hier ist, hier ist... Nee, hier im Dach. Hier im Dach. Also zu Hause im Fischauge. Im Fischaugelein. Der hat sich auch noch zu bedanken bei uns. So, mit einem gepflegt Blowjob, hoffe ich. Alter, wo ist denn der hier Dach? Ist das ein Witz oder was? Oh, scheiße. Auf Laborens Dach. Das ist Laborens Dach, ohne was da oben. Wer gehört, wo jedes Dach? Haben wir verkackt, Dave? Ja, na klar, Mann. Ich dachte, ich fliege zum Fischauge. Ihr Dach. Wie kannst du jetzt damit rechnen, dass die auf einmal auf irgendeinem anderen Dach ist? Ja, weil das hier das Dach ist, wo wir sie das erste Mal getroffen haben. Ja, und das ist dann automatisch ihr Dach, oder was? Ja. Achso. Dann habe ich verkackt. Ja. Ja, Mann. Ich habe hier doch mal repariert. Ich habe hier Dach repariert. Schön hier. Fehlt mir. Setzen wir uns hier und warten da, würde ich sagen. Das war wohl auch. Setz dich doch auf meinen Schoß. Ja. Achso. 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 Hier. Da sind deine Schuhe. Und das hier auch noch. Ich wusste nicht, dass du mit Harkon zusammen warst. Warum wohl steht er so weit oben auf meiner Abschussliste? Okay. Macht Sinn. Dass jemand Gedichte mag, heißt noch nicht, dass er den Tod nicht verdient. Habt ihr euch getrennt, weil er Frank im Stich gelassen hat? Oder hat er Frank im Stich gelassen, weil ihr euch getrennt habt? Solche Analysen sind jetzt vollkommen sinnlos, Aiden. Was auch immer passiert ist, es war ein Fehler, okay? Ich hätte niemals so naiv sein dürfen. Deshalb solltest du nicht rumschnüffeln. Fuck! Warum hast du nicht einfach auf mich gehört? Sorry. Vergiss es einfach. Lass mich einfach in Ruhe. Oh Mann. Scheiße. Eigentlich, also ich, also ich, will ich direkt natürlich Mitgefühl zeigen. Ganz klar. Es ist ja trotzdem eine Frau, auch wenn die jetzt Zombies tötet und hart ist und überhaupt und alles. Es ist trotzdem eine Frau und Mitgefühl ist da, glaube ich, angebracht. Was ist denn los? Du gibst einfach nicht auf, oder? Das solltest du doch wissen. Ich hasse die weinerliche Tour. Es ist doch nicht weinerlich, über seine Gefühle zu reden. Also gut. Kannst bleiben, wenn's sein muss. Aber stör mich nicht. Ich habe zu tun. Dich besaufen? Nein, du Idiot. Sterne gucken. Hey, da ist der große Wagen. Hm, du bist ja echt voll der Experte. Außer, dass das nicht der große Wagen ist. Oh, ups. Aber den Versuch war es wert, hä? Kennst du noch andere Sternbilder? Ja. Frank hat mir damals einiges über den Nachthimmel beigebracht. Als wir das Fischauge bauten, kletterte ich immer am Gerüst hoch aufs Dach. Frank kam hoch und sagte, es wäre zu kalt, zu spät und sowas. Aber dann erzählte er mir stundenlang Geschichten. Es war toll, ihm zuzuhören. Die Sterne sind so nah und so hell, dass man sie buchstäblich fast an den Eiern packen kann. So hat Frank das formuliert. Elegant, oder? Was ist mit dir, Aiden? Mit mir? Wieso? Kennen Pilger sowas wie Herzschmerz? Hm. Gute Frage. Ja. Ach, was ist denn das für eine Scheiße? Seit wann haben Sterne eigentlich Eier? Wollte ich nochmal kurz fragen. Wenn man es genau nimmt, hat sie Klöten gesagt. So wie gerade jetzt. Das ist wieder scheiße, weil du nicht weißt, was richtig ist. Pilger verursachen, Herzschmerz. Das möchte ich nicht sagen. Ich sage so wie gerade jetzt. Ähm, Pussy. Tja, ähm. Vergiss es. Wow. Du bist also schüchtern. Dann ist dein Sternbild also... Kyknos. Kyk... Was? Da drüben, schau. Der Schwan. Wenn ich Sterne gucke, finde ich den Schwan immer als erstes. Du flunkerst mir was vor, um Eindruck zu schinden. Kann sein. Vielleicht auch nicht. Bist du denn beeindruckt? Ja, schon. Oh, 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 oh. Ich werde es erotisch. Okay, äh, scheiße. Gut, wir können alles abfragen. Und das Gedicht? Das sind nur Worte, Eden. Worte bedeuten etwas. Lieb ist kein Narre der Zeit. Ob Rosenwangen auch? Ihrer Sichel krumme Schneid umspannt. In enger Stundenlauf uneingefangen. Nur Worte, hm? Genau. Nur Worte. Hast du Hakon getroffen, während du mit Frank das Fischauge gebaut hast? Er... Er hing damals oft mit Frank rum. Sie waren Freunde. Ist eigentlich eine einfache Geschichte. Ich war jung und suchte Aufmerksamkeit. Und er wollte seinen Spaß haben. Aber ich habe daraus gelernt. Wichtige Lektion fürs Leben. Es geht dir immer noch nahe, oder? Deshalb hast du mich auch in die Wohnung geschickt. Ja, es geht mir nahe, Eden. Denn ich bin nicht mehr dieselbe. Deshalb wollte ich nicht da rein. Damit das kleine, dumme Mädchen, das ich damals war, nie mehr die Oberhand gewinnt. Ich habe es mal gehasst. Aber heute ist sie mir total egal. Ja, 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 ja. Das war egal. So, wir können jetzt nur noch schlafen machen. Jetzt hätten wir die ganze Zeit vorschlagen können. Wir sollen schlafen. Aiden, wenn ich Harkon sehe, bringe ich ihn um. Ganz einfach. Halt mich nicht auf. Okay. Aber wenn du dich rächst, fühlst du dich noch lange nicht besser. Es geht nicht um mich. Sondern um Frank. Ich werde alle rächen, die in jener Nacht starben. Damals sind viele Sterne erloschen. Harkon hat immer groß dahergeredet. Aber als es drauf ankam, ließ er seine Freunde im Stich und sie starben. Da hat er sein wahres Ich gezeigt. Feige Ratte. Da hast du recht gehabt, Dende. Der hat die verraten, 100%. Habt du gerade gesagt. Hm. Naja, sag ich ja. Hm, ihn zu töten wird die Vergangenheit nicht immer. Und das stimmt natürlich. An sich. Das bringt nichts, ihn zu töten eigentlich. Auf mich wirkt er nicht wie eine Feige Ratte. Oh, scheiße, Mann. Er wirkt aber auf mich wie eine Feige Ratte. Also, ich muss andere sagen. Sorry. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Stimmt. Aber ich kann seine Uhr stoppen. Und das werde ich auch. Ja. Gute Nacht, Aiden. Tja, da habe ich wahrscheinlich verkackt. Ich weiß nicht, ob wir die ins Bett gekriegt hätten. Weiß ich nicht, ob es überhaupt möglich ist. Wie schon so oft. Ja, Mann. Mit Frauen, das gebe ich nicht aus. Oh. Guten Morgen, Villedorm. Ein neuer Tag. Eine neue Welt. Hier spricht euer Freund Frank. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich sende aus dem Fischauge. Ab sofort bringe ich euch alle guten Nachrichten aus Villedorm. Ich werde in dieser Stadt wieder für echten Zusammenhalt zwischen den Menschen sorgen. LaWan? LaWan, bist du da? Also, Leute. Starten wir dieses neue Kapitel mit ein wenig erfrischender Musik. Aiden, bist du da? Komm in die Kantine. Sorry, Frank, aber für dich habe ich echt keine Zeit mehr. Matt wollte helfen, meine Schwester zu finden, aber stattdessen gab ich dir den Turm. Und jetzt stecke ich in der Scheiße. Beruhige dich. Komm ins Fischauge und lass uns reden. Ich habe da eine Idee. Ich möchte dir helfen, Aiden. Okay. Bin gleich da. Okay. LaWan ist weg. Aber ich bin kein Mädchen für eine Nacht. Ist doch, ich war es abgeschlossen. Der Schuh. Oh, hier 1.500, 4.000. Neue Storyquest, Nightrunner. Treffen sie Frank im Fischauge. Hier ist noch ein Band. Hast du es schon genommen? Parkebuch eines Nightrunners Nummer 5. Geile Mucke, Alter. Warte mal kurz. Ich hoffe, das ist kein Lizenzkram. Aber eigentlich habe ich Streamer-Modus an. Da in die Richtung. Echt? Hm? Tja, wir wollen ihn mal. Da flieg du mal von so weit unten ab. Ja, geht schon. Das ist doch so ein Überfliegding hier. Das ist doch nicht weit, 300 Meter. Hast du eine Quest unter uns? Ich kann die Map nicht aufmachen. Ich hasse Regen. Ich auch, Junge. LaWarn? Aiden hier. Melde dich. LaWarn? Komm schon, LaWarn. Antworte. Bist du da? Na toll. Ich repariere den Sender und ausgerechnet jetzt ist bei dir Funkstille. Ja, echt? Ich finde die unfair, wie die sich verhält. Questgeber. Nur mal schnell auf die Schmepp gucken. Die Schmepp. Oh, hier sind überall Questen. Unsterbliche Liebe. Nein. Überall Questen. Hier sind überall Questen. Okay, jetzt ein paar Herausforderungen. Ein Heim für Brigitte. Ein Heim für Brigitte. Sehr gut. Cool. Oh Mann, wir werden noch. 2.000 Jahre das Spiel spielen hier. Ein Heim für Brigitte. Okay. So, dann machen wir es mal kurz zum Händler. Äh. Ja, Mann. Äh, wie geht's gut? Wie geht's dir? Ah, sagt nix. Schade, die stellen dir Fragen. Und du kannst nicht mal antworten. Das finde ich doof. Ranked Tank. Oder Händler ist nicht. Ich bin schnell. Ich bin schnell. I see you the aimless, I don't wanna be one of the nameless I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations Don't try to stop me, I exist to write my own story I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory Don't want a life that is complacent or possibly boring Just want a life that is worth every day exploring My whole life I just wanted someone who would notice me My whole life I just wanted to be somebody to be Yeah, I just wanna be great 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 This is a statement to appreciate all that is vacant Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.